Das ist auch schon etwas... 4 ist neu. Das ist nicht alt. Das ist ein neues Spiel. Das kam jetzt erst raus. PS4 und so. Das ist neu. Wer ist das denn? Wer ist sie? Jesus. Oh, ist sie cool. Durchhalten, ich komme. What the fucking hell? Was ist sie hier? Warum existiert sie auf einmal? Wo kommt sie her? R2. LOL. Die kann Gegner stunnen. Und jetzt in die Kiste. So, okay. Vielleicht damit alle kaputt machen? Ja, okay. Man muss nur treffen. Okay. Aber sie kann nicht höher springen. Da oben ist eine Kiste. Das ist jetzt Ripp. Ah, ne. Ah. Hä? Wie cool ist dieser Haken? Jetzt sag ich, du kannst walljumpen. Sie ist mein Char, Alter. Hä? Wie? Hä? Versteckt würde ich jetzt nicht sagen. Aber ist okay. Nehme ich. Und jetzt? Ähm. Okay. Ich dachte, der läuft mir jetzt komplett entgegen. Und jetzt? Schwinge ich hier. Ist hier oben was? Nein. Moment. Wo ist das da befestigt? Ähm. Ich frag nicht. Okay. Wie mies. Die Fähigkeit ist extrem cool. Aber das macht das Level-Design noch gemeiner hier. Da hinten auch wieder. Wo bin ich denn da dran? Jetzt muss ich halt das Ding auto-aimen. Jetzt? Ah. Ah. Jetzt ist mir noch was drunter. Ich trau's dem Spiel zu. Okay. Die kann man nicht stunnen. Okay. Zwei Haie. Ich wusste es. Was heißt, ich wusste es. Ich hab damit gerechnet. Weil in den anderen Levels waren es auch mal zwei Haie. Und als ich dann geschwommen bin, dachte ich, das war ein Fehler. Ein Hai. Ich dachte, ich komm mir gut durch. Nein. Okay. Etwas geweint, weil ich schon den Haken geschossen hab, obwohl da nur ne Kiste ist. Schneller. Oh mein Gott. Könnt ihr euch mal schneller bewegen? Ich hab nicht ewig Zeit auf dieser Plattform. Geht doch. Warte so. Zwei Haie. Eins. Zwei. So. Cooles Level aber. Äh. Ist jetzt nur ein Einleitungslevel für sie. Was? Was? Hat diese Krabbe gemacht? Was zur Hölle? Warum kann die das? Was war das denn jetzt? Nein. Nein. Okay. Ich hatte irgendwie einen Hit frei. Hatte ich einen Akku? Akku gerade ist es. Ich glaub schon. Ach. Wieso seid ihr jetzt so schnell? Gerade hat's auch gepasst. Wieso konnten mich die Krabbe eintüten? Das hab ich vorher auch nie gemacht. Oh nice. Ich hab die Krabbe direkt weggekommen. Ich hab die Krabbe. Jetzt hab ich Angst vor den Krabben. Jetzt haben sie es geschafft. Bitte was? Alter. Okay. Ich dachte ich gehe später, wenn ich da rübergehe. Wir haben von weh. Okay. Woo! Eine Kiste! Ach, da ist sie. Okay, nice. Oh, wenigstens haben wir das geschafft. Alter. Wo hast du das Schwert her? Wieso hast du das vorher nicht benutzt? Oh, wenn ich jetzt nur dreimal gestorben wäre, wäre das Level perfekt gewesen. Verdammte Kacke. Oh, mein Gott! Danke viel mal... Was? Torna? Du bist anders. Nicht aus unserem Universum. Schön euch zu sehen, Leute. Es ist für mich schon lange her. Wir haben uns aus den Augen verloren, was? Ja, so kann man's nennen. Was denn? Sind wir tot oder so? Was? Nein! Nö! Nein, nein, nein. Definitiv nicht. Wir haben uns... Okay. Wie immer. Fiese Wissenschaftler streben nach interdimensionaler Herrschaft. Ha! Und? Was sammelt ihr so? Pistalle? Hm-mhm. Plunker? Mesken. Oh, cool. Na dann mal viel Glück. Was? Du kommst nicht mit? Sorry, ich bleib solo. Aber ich... Ich helfe, wo ich kann. Hab ich sogar schon. Oh. Okay, Torna. Kenn ich nicht. Ich glaub, ich hab... Die war bestimmt schon bei nem Crash. Aber in Tornas Dimension sind wir anscheinend tot. Das ist natürlich... Oh, jetzt kommt Torna-Level in die Welten. Torna hat ihre eigenen Pläne. Spiele ihre Zeitstrahlen, um zu sehen, wie ihr Weg den von Crash und Coco kreuzt. Ach, du großer Gott. Ich seh schon, wir kriegen einen Tintenfisch als Boss. Hä? Die Welt war voll kurz? Jetboard-Anleger. Ist das ein Spezial-Level? Oh ja. Das ist es. Oh nein. Wir werden oft sterben. Also ich. Oh nein. Doch nicht so speziell anscheinend. Schade. Ich dachte, das wäre so ein Jet-Ski-Level. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht ist das nur der Anfang. Hätte ich jetzt tatsächlich erwartet. Okay, der wirft mit Fischknochen. Haut sich zwischendurch den Fisch rein und dann stirbt er. Wenn da oben jetzt noch eine Kiste hängt, ne? Rastisch aus. Aber sollte nicht. Es wird doch so ein Level. Okay. Ach, du großer Gott. Ähm. Fehlt am Ende doch wieder eine, ja. Steuerung ist nur minimal anstrengend. Ja, es sieht so anstrengend aus, wie es aussieht. Was? Es sieht so anstrengend aus, wie es aussieht? Es ist so anstrengend, wie es aussieht. Äh. Hilfe. Okay. Jetzt sind alle kaputtgegangen. Geh doch schnell ab, kaputt! Oh! Jetzt habe ich das Rückblenden-Tape schon. Goddammit, ey. Okay. 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 Was hat so? Alright. Okay. 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 Hör, wieso habe ich denn jetzt wieder null Tode? Ich hatte gerade doch einen. Da ist er. Kann man sich hier one-ups? Ach, komm jetzt. Fahr doch schneller hoch. Ja, da habe ich meinen Tod wieder gerückt. Geht nämlich nicht, dass ich null habe. Ich fah- Nee! Nee! Panik! Nein, geh weg! Ah! Er sniped! Alter! Da oben ist der Edelstein. Okay. Oh! Alter! Bist du für eine Moräne? Ich bin jetzt den gleichen Scheiß doch mit sowas. Alter! Warum hab ich den 50 mal gehört? Danke für 500... äh, 300 Bits, Kopf! Alter! Ich hab den Ton grad gefühlt 300 mal gehört. So. Vielen lieben Dank. Okay, Fishman. Meieieiei! Okay. Gut, dass ich die Maske hab. Okay. Okay. Es werden am Ende wieder Kisten fehlen. Das Level ist zu stressig, um alle Kisten zu kriegen. Zumindest beim ersten Mal. Aber hey, ich hab den versteckten Edelstein gefunden. Das ist schon mal viel wert. Trottel? Hilfe. Ach komm. Ich bin motorisiert. Die laufen auf nem Fass. Wer gewinnt da den Kampf wohl? Jetzt mal for real. Das ist wie Fahrradfahrer gegen Auto. Geh in die Mine, geh in die Mine. Oh mein Gott. Ohohohoho. Ohohoho. 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 Ohohohoho. 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 Ach komm. Sag das den Typen von der Tour de France, die die Autos überholen. Hier, ich hab eh die vergessen gerade. So. Machen die das bei der Tour de France? Gut, aber die Autos bei der Tour de France, ne? Während die Tour de France ist, dürfen die doch bestimmt nur 30 fahren oder so. Irgendwie sowas. Und 30 kmh schaffen diese Tour de France-Fahrer ja easy, oder? Ist ja nix für die. Wie viele noch? Okay. Ähm. Schnell. Okay. Achtung Fische. Alter. 24 Fässer fehlen mir. Äh, Kisten. 24. Hier kommen noch welche, oder? Äh. Okay, so. Luise. Na, was geht? Ähm. Ähm. Luise. Wir müssen reden. Wie machen wir das jetzt? Ähm. Moment. Ähm. 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 Luise? Muss ich euch da reinlocken in die Luise? Ich glaub schon. Ja, muss ich. Okay. Ab in die Luise. Und cool, aber es kann. Achso, warte mal. Wir haben noch Nitro-Fässer. Okay. Es fehlen trotzdem 14. Krass. Oh, der Skin ist aber cool. Ich will den haben. Ich bin Mario. song, Schalke. itarb